Fashion Dad hier! Willkommen zu einem neuen Reaction Video auf dem Kanal Can's Incredible und El Hikaru! Und zusammen gucken wir uns ein albanisches Lied an und zwar ist es von DJ Gimio und Arketa, einer 17 jährigen Sängerin Alketa. Das Lied heißt Mashallah und ist in den Trends. Platz 3, bin sehr sehr gespannt. Ja zurzeit sind albanische Lieder höher in den Trends als die deutschen. Ja das stimmt, das ist wirklich so. Und albanische kommt hierher. Genau, die haben mehr Erfolg hier. Ja das stimmt. Ich bin gespannt auf das Lied. DJ Gimio macht immer geile Lieder. Das sind so Lieder, die einem zum Tanzen bringt. Ja das stimmt, das ist true. Und ja ich würde sagen fangen wir mal an mit Mashallah. Mashallah. Ein paar Jungen einfach im Seeklavier. Ja Junge, das sehe ich immer auf TikTok. Echt? Ja. Was denn? Das Lied? Ja das Song. Das ist Mashallah. Richtig geil. Ihre Stimme ist einfach krank. Ich hab doch gesagt, das ist gleich zum Tanzen. Aber sie ist 15 Jahre alter. Richtig krass. Heftig. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte so 20 oder 21. Ja letztes Jahr mit 16 hatte sie auch ein Lied mit ihm gemacht. Ja. Da war es schon richtig krass. Heftig. Nice. Und noch so das Traditionelle. Oh dieses Ausfinds finde ich richtig krass. Ja. Mit dem Hahn. Hey. 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 Wir haben jetzt auf albanische Hochzeit. Ja. So eine schöne Stimme. Ja. 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 Die Trommelnwirbeln Die fühlen die Musik richtig Ey, ey, ey Ey, die Musik geht irgendwie immer richtig in Hochzeit, so weißt du, so Richtig in Hochzeit Also kann man echt gut auf Hochzeiten spielen Ja, das stimmt Richtig cool Das wäre auch mal so ein geiler Move, einfach so sein Klavier Ja 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 Das ist jetzt mein Lebensziel Gehen wir auf jeden Fall mal ein Like Und ja, schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied zu dem Video in den Kommentaren Würde mich sehr interessieren Wieder einmal ein nices Lied Ja Wieder mal ein Lied für die Hochzeits-Playlist Richtig cool gemacht Von DJ Gimmi Gut Falls ihr das Video gefallen habt, lasst ein Like da Ja, vergiss nicht ein Abo da zu lassen für mehr albanische Musikreactions Und ja, da sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen Stay safe, stay healthy Und bis zum nächsten Video Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye